Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen beim Seelencoaching und zu euren Zweitagesbotschaften für heute und für morgen. Heute sind die Krafttiere dran, ich werde da natürlich gleich zwei Krafttierkarten draus ziehen. Du darfst ganz intuitiv vielleicht jetzt schon entscheiden, ob es gleich das erste oder zweite Krafttier sein darf oder beide. Und dann gibt es natürlich aus dem Wernemore-Kartendeck von Markier gibt es noch drei Botschaften, die uns auch die zwei Tage auch begleiten dürfen, sollen, müssen, wie auch immer, wie ihr das für euch auch gerne annehmen möchtet. Wichtig ist, dass ihr gleich wirklich intuitiv entscheidet und aus dem Bauch heraus und dann ist das für euch auch dann die absolute Botschaft, die auch zu euch dann auch hin möchte. Und wenn beide halt da hin möchten, beide Krafttiere, dann nimmt die Kombination daraus. Okay und ihr wisst ihr Lieben, ich freue mich natürlich auch sehr über den Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen Dank dafür, aber jetzt schauen wir uns natürlich die Karten, die Botschaften an. Das Video ist immer zeitunabhängig, dann wenn du schaust, wird es für dich von heute und für morgen auch von Bedeutung sein. So, dann nehmen wir uns mal diese Karte, diese Karte und diese Karte. Da haben wir die Mäuse, da haben wir das Kleeblatt und da haben wir den Ring. Ja, die Mäuse einsägen, da ist ja nur eine Maus jetzt zu sehen, das reicht auch. Ja, es darf rausgehen. Verluste, ja, Trauer, Schmerz manchmal auch durch die Verluste, Enttäuschung. Das sind so Sachen, klar, wenn irgendwas manchmal auch geht, manchmal auch wirklich verloren gegangen ist, in welchem Ausmaß das auch immer ist. Also das ist etwas, was natürlich Traurigkeit mit sich bringt, wo wir ganz sicher nicht hurra schreien. Aber wir haben ja schon das Alltagsglück hier neben. Und das Kleeblatt ist ja auch ein schnelles Glück, ist das kleine erstmal Glück. Es kann eine finanzielle Sache sein, es kann was Emotionales sein. Auf jeden Fall da, wo ihr Glück auch verspürt und wo ihr auch Glück braucht. Vor allen Dingen sage ich immer, das Alltagsglück ist ein aufbauendes Glück. Nimmt wirklich so die kleinen, das ist vielleicht auch ein ganz großer Appell, nimmt die kleinen Dinge des Lebens auch wahr und ernster und schätzt sie mehr und dann baut er darauf auf. Dann kann ganz viel da auch kommen. Und gerade hier auch in Verbindungen. Vielleicht ist man traurig, weil ja irgendjemand jemanden verlassen hat oder es gab eine kleine Streiterei. Die Mäuse müssen auch nicht was Dramatisches sein. Ich meine, vor allen Dingen müssen wir auch mal sagen, jeder empfindet ja auch anders. Aber so dieses Angepiekste, dieses Nichtwohlfühlen und weil irgendwas gewesen ist, das geht jetzt. Das ist definitiv, das ist jetzt Vergangenheit. Also es ist jetzt der Zustand, der vielleicht gerade noch so in dir ist, aber hier wartet schon das schnelle, kleine, aufbauende Glück in Verbindung und auch in Verträgen. Also es kann gut sein, dass es hier neue Personen auch in dein Leben kommen. Vielleicht werden Verbindungen, Freundschaften etc. vielleicht auch Liebesbegegnungen, Beziehungen intensiver, wo man darauf aufbaut. Also nicht von heute auf morgen wird es immer die große Liebe sein. Das wird auch nicht immer sofort von heute auf morgen. Man wird nicht wissen, ob das jetzt für ein ganzes Leben eine Beziehung ist. Auch in Freundschaften oder halt auch wirklich mit Herzmenschen etc. Das wisst ihr aber auch. In dem Moment kriegt ihr aber ein gutes Gefühl und darauf könnt ihr aufbauen. Oder bei Verträgen, wenn Verluste wirklich da waren, Arbeitsstellen, Kundenverträgen etc. Dann kommt hier auf jeden Fall was. Und erstmal kommt vielleicht etwas Kleines, vielleicht kommt ein Nebenjob, wo ihr eure Finanzen wieder aufbessern könnt. Oder es kommt erstmal ein Smalltalk mit einer neuen Person, alten Person oder mit einem Herzmenschen, wo man sich das sehr, sehr wünscht. Aber dann haltet das ganz fest auch in eure, manifestiert es in euren Erinnerungen. Festhalten heißt jetzt nicht, jemanden krampfhaft, energetisch festzuhalten. Das nicht. Aber trotzdem für sich zu manifestieren, dass man das auch möchte, dass man auch wieder bereit ist. Weil das darf hier auch gehen und die Freude darf kommen. In welchen Verträgen auch immer. Bei manchen wird es vielleicht auch ein Umzug sein. Es wird vielleicht sein, dass man die ganze Zeit keine Wohnung gefunden hat oder ein passendes Haus oder was auch immer ihr sucht. Oder man kam einfach nicht vorwärts. Das ist auch eine Geschichte. Man befand sich in irgendwelchen Situationen, wo es einfach auch nicht weiterging. Und man hat sich deswegen schlecht gefühlt. Und man war dementsprechend auch oftmals down. Aber das ist die Maus, die guckt schon raus. Und das Alltagsglück mit den Verbindungen oder in Verträgen, in Verbindungen kommt ja schon. Und dann wertschätzt es auch. Nimmt es auch an. Geht da aus dieser Schleife auch dann raus. Pö a pö. So wie es euch gut tut. Und dann baut ihr da drauf auf. Und dann wisst ihr ja, wenn ich jetzt hier weiterziehen würde, wer weiß, was ich noch für wundervolle Karten ziehen würde. Aber jetzt schauen wir uns natürlich die Krafttierkarten dazu noch an. Weil die unterstützen uns ja auch nochmal ganz doll. und sagen uns dann halt auch, was hier los ist, was Sache ist. Und so, dann nehmen wir uns mal heute dieses Krafttier. Und dann nehme ich mir noch dieses für uns. So, du darfst natürlich wie immer ganz intuitiv entscheiden. Soll es das erste oder das zweite Krafttier sein? Natürlich auch gerne beide. Ich starte mit dem ersten Krafttier. Da haben wir den Bären gezogen. Setze Macht mit Weisheit ein. Erzengel, Buriel und Jophiel. Sogar zwei Erzengel sind heute dabei. Und der Berg ist ja auch im Lenny so die Stärke. Hier, wir sind keine kleine Maus mehr. Das war gestern. Das ist nicht mehr unsere Zukunft. Das ist vielleicht gerade noch so ein Zustand. Aber wir sind der Bär. Wir sind der Fels in der Brandung. Wir stehen mit beiden Beinen auch im Leben. Und setze Macht mit Weisheit ein. Das finde ich total schön. Ja, sei überlegen. Sei hier wirklich für dich zum einen noch überlegen, dass du wirklich sagst, ja, jetzt erst reicht. Ich gehe hier raus. Da wartet, ich sehe ein kleines Lichtlein am Ende des Tunnels. Und ich sehe hier auch, was ganz Großes ist. Es kann was Großes werden. Ob es die neue Arbeitsstelle ist. Oder in Verbindungen auch. Auch in der lieben Liebe natürlich. Manchmal ist es auch wichtig, wirklich erstmal bei Freundschaft in eine Beziehung zu kommen. Weil man die Zeit einfach auch braucht. Wichtig ist, dass wir Verbindung leben. Und dass wir unser Glück da auch spüren. Unser schnelles Glück auch. Und ich finde das ganz schön, diese Macht mit Weisheit ein. Es ist halt wirklich so, das bist du nicht. Du bist nicht die kleine Maus. Und was dich auch niedrig und, ja, ich sage jetzt mal, runtergebracht hat, beziehungsweise wer dich auch runtergemacht hat, etc. Du wirst jetzt wieder aufsteigen. Also ich finde, das ist so gerade so, auch diese Gegensätze, die kleine Maus und der Bär, der wirklich Sicherheit ausstrahlt. Dem kann gar nichts. Und gerade ist es noch so, dass ich spüre noch so das piepsige Mäuschen in dir. Und vielleicht warst du immer so. Und natürlich ist diese Umwandeln, auch diese Umwandlung, auch dieses Umwandeln oder diese Umwandlung, auch natürlich keine immer leichte Geschichte. Aber du wirst merken, dass das wichtig für dich ist. Und du wirst deine Stärken einsetzen. Sätze macht mit Weisheit eine, heißt für mich auch. Du wirst deine Kompetenzen jetzt mal endlich rausholen. Und manchmal sind Kompetenzen, das hört sich immer so an, oh, das gehört zum Arbeitsleben. Nee, hier sind auch Kompetenzen im Privatleben. Charaktereigenschaften auch, die die Freunde auch an einem schätzen. Oder natürlich auch ein Hobby, Kompetenzen, wo man da Know-how hat, dass man das wieder mehr einbringen kann. Wo auch immer. Und das ist vielleicht auch ein Signal für dich jetzt. Denk mal darüber nach, wie du wirklich auch, ja, ich sage jetzt mal wirklich, das auch leben kannst, die neue Verbindung oder auch diesen neuen Vertrag, der zu dir kommen möchte. In welcher Sichtweise dieser Vertrag auch immer ist. Ob es jetzt jobbedingt ist. Oder ob es wirklich ein Umzug ist. Oder was auch immer. Es ist wichtig, vielleicht auch mal über den Tellerrand zu schauen. Vielleicht kommt mir gerade als Hinweis auf. Oder mal, wie gesagt, diese Macht mit Weisheit. Vielleicht weißt du doch noch, wo noch irgendjemand vielleicht Kontakte hat. Vitamin B einsetzen. Networking betreiben. Leute ansprechen. Aushänge machen. Für was auch immer. Mir kommt es gerade. Oder mal wirklich eine andere Plattform für Jobsuche mal angehen. Oder mal Initiativbewerbungen schreiben. Das kannst du vielleicht gut. Vielleicht kannst du gut schreiben. Oder da halt nochmal drüber schauen, über die Bewerbung. Nochmal vielleicht Feinjustierung betreiben. Nochmal schauen, wo kann ich vielleicht nochmal was einsetzen, was ich gut kann. Und was vielleicht zu der Stelle passt. Was ich bis dato nie gemacht habe. Also hier sollst du wirklich ein bisschen überlegen sein, auch dir selber. Also auch schauen, auch in der lieben Liebe. Sage ich jetzt auch. Weil natürlich ist es auch die Verbindungskarte. Oder wenn ich Freundschaften suche. Dass man da halt auch so ein bisschen natürlich die Gegenden abklappert, wo sowas vielleicht möglich ist. Freundschaften zu schließen. Oder vielleicht auch potenzielle Partner, Partnerinnen, Kandidaten zu treffen. Dass man da halt nochmal schaut. Du bist klug genug, darüber dir Gedanken zu machen. Und du bist auch klug genug, dir in gar keiner Position irgendwas vorzumachen. Und das brauchst du nicht. Das musst du nicht sein. Du kannst dir peu à peu wachsen, in welche Richtung du da auch immer dann diese Stärke auch einsetzt. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Kraft, dass es dir signalisiert, du kannst viel mehr, als du denkst. Und du hast viel mehr Potenziale in dir, als du glaubst. Es ist wichtig, die mal hervorzuholen. Und dafür solltest du dir ein bisschen Zeit nehmen. Und dann kannst du auch viel mehr erreichen. Weil du dann wirklich gezielt an neue Stellen rangehst. Anfällt auch die Partnersuche. Sich mal von der anderen Seite zeigen. Und vielleicht da auch offener zu sein. Und wirklich auch mal einen Schritt nach vorne zu machen. Zu flirten. Oder mal jemanden anzusprechen. Du bist hier der Bär. Und das ist so. Ich meine, du hast auch die Begleiter. Du hast sogar zwei Erzengel, Uriel und Jophil auch noch an deiner Seite. Das kann hier nur wirklich schön werden. Mach alles peu à peu nach deinem Tempo. Vielleicht hast du in der Vergangenheit wirklich das auch nie ausleben dürfen. Gewisse Seiten an dir. Gewisse Kompetenzen, gewisse Know-how. Und jetzt bist du dran. Also steh zu dir als Bären auch. Und nimm diesen Bären auch für dich an. Denn das bist du. So, dann nehmen wir uns die zweite Karte. Oh, da haben wir die Ratte. Die Ratte. Was steht denn da drunter? Steh zu dir selbst und das Universum belohnt dich. Erzengel Gabriel und Zadgil. Hier haben wir auch zwei Erzengel. Ich mache mal Spoiler. Genau wie bei der ersten Karte. Beim ersten Krafti. Und heute sage ich euch mal wieder. Schön, dass ich jetzt hier die Empfehlung hier beziehungsweise den Wunsch auch gerade erfüllt habe, dass ich die Karte, die erste Karte umlege. Deswegen Spannung, Spannung, Spannung. Ich würde euch heute bitten, hört euch bitte die erste Karte auch an. Weil die ist ganz wichtig auch. So, steh zu dir selbst und das Universum belohnt dich. Ja, das bist du nicht. Und das habe ich bei der ersten Karte, obwohl es eine ganz andere Bedeutung hat, eine ganz andere Krafti hat, ist das wieder die Karten, die sind wieder so harmonisch zueinander und deswegen passen sie zusammen wie die Faust aufs Auge. Und mein Wunsch ist wirklich hier, sei du selbst. Du bist nicht das kleine Mäuschen mehr. Du musst dich nicht verletzen lassen. Du musst auch nicht, ich sage mal, dich unterkriegen lassen. Du musst auch nicht dich klein machen lassen oder dich selbst. Manchmal aus dem Außen heraus und manchmal macht man sich selber klein. Man traut sich vieles nicht zu und ist immer so zögern und zaghaft und so. Nein, steh zu dir selbst und das Universum belohnt dich. Und ich finde, das ist so klasse. Lass das mal wirklich mal so öfter mal so durch euren Kopf auch durchgehen. Ich will so mal in Zunge zergehen lassen ist ein bisschen blöd, aber lass das mal wirklich durch euren Kopf gehen, dass das Universum dich belohnt. Wenn du endlich zeigst, wer du bist, wenn du endlich auf dem Putz hast, wenn du endlich Grenzen ziehst, wenn du endlich Nein sagst, hast du hier das Alltagsdruck, das Wachstumsdruck in Verbindung verträgen, wo du es auch gerne haben möchtest. Ob es auf der emotionalen Seite ist oder ob es auf der finanziellen Seite ist oder wirklich materiell in dem Sinne, dass du ein Haus suchst, eine Wohnung suchst, endlich umziehen willst und nicht immer der oder die 100. Bewerbung bist. Klar, das kannst du nicht beeinflussen, an wie vieler Stelle du bist. Doch, ein bisschen kann man es beeinflussen, weil wenn ich ganz nah dran bin, sprich wirklich, ich sage jetzt mal ganz klassisch bei Wohnung suchen oder auch bei der Jobsuche, wenn ich wirklich regelmäßig und ich will nicht sagen stündlich, aber vielleicht mal so zweimal am Tag in die Jobportale oder auch in die Portale, wo man Wohnungen, Häuser etc. finden kann, reinschaue und nicht nur sage, ja, ich gucke da mal einmal die Woche rein oder so. Vielleicht auch abonniert, dass man per E-Mail direkt eine Nachricht bekommt, wenn eine passende Stelle oder ein passendes Haus, man kann ja so Kriterien festlegen, wenn man das festgelegt hat, dann bekommt man diese E-Mails auch, dass man sofort aber schaut. Und schauen reicht dann nicht. Ihr wüsst, ich sage euch immer wieder, machen und tun. Das heißt für mich in der nächsten Sekunde und ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so schnell es möglich ist, eine Bewerbung rauszuschicken. Eine Bewerbung an eine Stelle oder auch wirklich eine Bewerbung für eine Wohnung, Haus etc. und das ist so, wenn du machst und tust und wirklich da noch dich selbst mit einfließen lässt, deine Persönlichkeit, dein Wissen, dein Know-how, deine Kompetenzen, dann siehst du hier, dann bekommst du es auch zurück. Wenn du dich immer klein machst und unterkriegen lässt, wenn du Mobbing zulässt, das ist jetzt alles groß gesagt von mir, der eine oder andere wird sagen, ja, was soll ich denn machen, ich brauche diesen Job und so. Natürlich brauchst du diesen Job auch, um finanziell klar zu kommen. Aber es gibt 130.000 andere Möglichkeiten. Ihr wisst, ich bin sehr klar und sehr ehrlich und sehr direkt und ich bin Coach, ich darf das auch, ich nehme mir das heraus, weil ich Jobcoaching auch tagtäglich mache und deswegen ist es halt, ich meine, hinter Mobbing, das ist was ganz Grausames und Schlimmes, aber wir dürfen uns auch nicht verstecken. Und ich sage immer, wenn jemand nicht ins Tun kommt dann, welche Wege er oder sie dann auch einschlägt, dann ist die Schmerzgrenze noch nicht groß genug, dann ist die Schmerzgrenze noch nicht erreicht und das sage ich leider Gottes auch immer sehr direkt. Natürlich stoße ich manchen auch dann vor den Kopf, aber ich lasse mal trotzdem, dass auch mal dann, ja, dass der oder mein Gegenüber in dem Moment dann auch mal sich reflektiert und dass er das auch mal wirklich wahrnimmt, dass es halt so ist, weil es gibt tausende von Jobs. Man kann auch übergangsweise andere Jobs machen, wenn man Geld braucht. Man muss ja nicht fokussieren nur auf seine Qualifikationen. Jetzt mal ein kurzer Exkurs dazu auch, aber das finde ich auch wichtig, man kann überbrückungsmäßig immer irgendwas anderes machen, immer, 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 immer. Und das unterschreibe ich euch auch hier blind, dass man überbrückungsmäßig was anderes machen kann. Man muss nicht Mobbing annehmen, das ist ganz, ganz wichtig und ihr wisst, das ist auch mal ein Spiegel und deswegen schaut auch in euch hinein, was ist da, im Inneren, im Innen so wie im Außen. Aber deswegen steh zu dir selbst, mach und tu, dass es dir gut geht, dass du dieses Altersglück wieder spüren darfst oder endlich spüren darfst, dass du endlich hier wieder ankommst, dass du dich festigen kannst in einer Partnerschaft, in einer Verbindung oder in Verträgen auf der Arbeit oder endlich ein Zuhause findest, wo du ankommst. Du wirst belohnt werden, definitiv, aber wichtig ist dir wirklich deswegen, dass du nicht mal dieses kleine Mäuschen bist und deswegen ist es auch wichtig, dass du bitte die erste Kraftkarte dir, Kraftkarte, ja auch Kraftkarte auf jeden Fall, aber auch Krafttierkarte auch anhörst, weil das passt mega. Oder das war gestern, dieses kleine Mäuschen oder Maus, ob du jetzt Mann oder Frau bist, das ist uninteressant hier. Auch Männer können schwach sein, das wisst ihr auch. Und es ist aber wichtig, da rauszukommen. Und wenn du wirklich dich da auch selber rausnimmst und dir die Wertschätzung auch dir gegenüber, die Akzeptanz, dir gegenüber deiner Zufriedenheit, deinem Glück auch annimmst und auch wirklich auch, ja ich sag mal, dran bleibst, dann bekommst du auch hier die Ernte und die ist schon hier in den Karten da. Peu à peu, definitiv. Meine lieben, dicken, fetten Drücker und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Tagesbotschaft hier wiedersehen. Bis dann. Tschüss.